Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch zeigen, wie man sich am Fernseher bei Paramount Plus oder Paramount Plus ausloggen kann. Ja, am Handy-App oder über den PC geht es vielleicht etwas leichter. Hier ist es so ein bisschen versteckt. Ihr müsst einfach links auf die Leiste, wo ich jetzt gerade auf das Haus bin, das ist die Home-Taste. Und ihr müsst dann mit den Pfeiltasten von eurer Fernbedienung, hier könnt ihr das jetzt einmal sehen, weiter runter bis zu dem Punkt Einstellungen, da einmal mit OK bestätigen. Und jetzt könnt ihr das, glaube ich, hier schon ganz gut sehen. Hier haben wir den Punkt Ausloggen. Hier könnt ihr euch einmal am Fernseher richtig abmelden und ausloggen. Und wenn ihr dann wieder die App benutzen wollt oder Paramount Plus wieder gucken möchtet, dann müsst ihr euch wieder mit euren Kontaktdaten, also Nutzername etc., E-Mail-Adresse und Passwort einmal anmelden. Ja, so einfach funktioniert es. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, noch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann!